Boah, ich brauch ne Beste Alter, keine Ahnung, 8 in a row Schwertkraft 2, Frodo 1 Ne, eigentlich Frodo 0 Die Waffe ist so scheiße, das MG Wer hat das erfunden Ah, LeRond Du dringst ja alle so viele um, ich seh irgendwie gar keinen Ich glaub Martin Garrix ist der Erfinder des MG Der Erfinder ist scheiße Echt jetzt? Ach lol Ok Der Typ ist OP, nerf ihn Nächste Map Wo bin ich denn eigentlich? Das ging aber sauschnell, kann man das nicht erhöhen von der Punktezahl? Das Problem ist, die wechseln einfach durch alle möglichen Waffen durch Man geht einmal durch alle Waffen, oder? Das ging ja schnell Das war lustig Ich bin jetzt Terrorist Aber irgendwie Ah ok Was ist los mit dem Sauerfeuer? Dummi dumm dumm Ah Frodo, du Bastard Hab ich den geholt? Yeah nice Ok, der Typ kennt sich aus Cooler von Ding Ja, was bin ich denn? Ich bin noch... Achso, der Bei mir ist ja... Hm Null Null Der Modus ist einfach nur kubusgemetzelt Ist aber wirklich so ey Loooool Ok, hier heißt einer deine dicke Mom, das ist irgendwie witzig Ey! Der hat nur Probleme mit dem Essen, das heißt nicht, dass die fett ist Wahrscheinlich doch Wahrscheinlich doch Das weißt du ja nicht, Pell Ich hab noch vier Leben ey Jetzt nicht mehr Ich hab noch vier Leben, wow Boah, nicht hier Boah, nicht hier Ist das? Nein, nein Schießende Position, um zu stehen Geh lieber hier lang Ich kann nicht konzentrieren, weil Worte sind schwer zu schwer Boah, ich bin genau das falsche Karten Hahaha Shit Boah, lol Also die Runde ist irgendwie überhaupt nicht meine In der anderen war ich ein bisschen schneller Ditto Ich rufe immer noch auf der MP7 rum Nein, oh Gott Jetzt soll ich die Waffen wechseln, wenn ich hier grad In dem Feuer wechseln Ja, natürlich Oh mein Gott, die Player hat schon die Autosniper Was hat die Player noch schon? Die Autosniper Waaaat Mann ey Wir haben noch mit der gleichen Auffe aufeinander geschossen Ja Das muss heißen, der besten Skill hat sich Verdeh ich nicht Yeeeey Scheiße Kommt links, ja Noch ein einziges Killgestile hier Ja Boah Du hast doch mit manchen Waffen überhaupt keine Chance gegen andere Das ist doch einfach Ja wieso, die haben einfach wesentlich schneller halt eine andere Waffe als du Mann, das kann doch nicht sein, dass ich die alle nicht treffe Fotzwicker Ja Ich bin einfach brutal untalentiert in alle gegen andere Alter, lol Bad, doch nicht Nach dem Spawn, du Arschkopf Ja, die Runde wird überhaupt nichts bei mir Ich komm überhaupt nicht vor Jetzt laufe ich gegenwende Mann Perfekte Scheiße Boah Alter Da hat schon einer Deine dicke Deine dicke Mama hat schon 21 Kills Lol Aber Ne So weit war ich gar nicht Sehr gut Da geht's schon! Buh! FATCH! 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 Flachen an, das ist ein großartiger Name! Verstehe ich zwar nicht aber... Großartiger Name! Ich überhaupt keine Ahnung... mehr... wo zur Hölle... nicht hinhalten was ich halt einfach... AAAAAAAH! Adder! Alter! Alter! Was ist los? Hab ich dich geholt? Ja. Okay. Dem du auf mich geschossen hast. Lol. Cool, jetzt hab ich meine Lieblingswaffe. Bringt mir aber nix. Was ich gleich wieder weg ist. Geht schon ein bisschen. Oh ne. Lol. Wie ich die ganze Zeit E-Hämmer um zu respawnen. So ein Quatsch. Yay. Das hier ist Quatsch. Ich hab ne Shortgun. Uh, ich hab Band geholt. Und bin schon wieder von Platten-Army Xilo geholt worden. Nicht gesch... Ich hätte schwirren können. Ich hab die Schosen. Nein. Noll. Im Sprung. Deine dicke Mams schon wieder kurz zu siegen. Das klingt aber auch einfach zu lustig. MP du! Was? Oh noll. Weckel. Oh was? Der Mund schon wieder völlig am ausrasten. Oh shit. Oh verdammt. Ich hab überhaupt nicht gefeilt was meine nächste Waffe war. Was? Wie kann man denn so behindert... Bad alter. Du dreckiger Dreckslacker ey. Nicht schon wieder oder? Wie kann ich denn zweimal in Folge direkt vor dir spawnen? Was für eine dumme behinderte Kackscheiße ey. Ich fand super. Danke Frodo. Du hast mir zwei Kills gebracht. Ja. Wäre schöner wenn du mir zwei Pills bringen würdest. Oh fuck. Payne ist mit 30. Wie bin ich überhaupt? Woran seh ich das? Ich hab Payne gerade noch erschossen bevor er mich gemessert hat. Das war knapp. Ich hasse ja letzter Kill werden. Das ist ja wirklich das Schlimmste auf der Welt. Oh und er kommt doch mit dem Messer. Oh Bad hat aber auch schon ein Messer. Wo hab ich denn... Oh sorry. Ich bin gerade bei Level 12 auf die Glocke. Welche Stufe? Ich hab 23 Kills. Ich hab 22 Kills. 22 zu 20. Deine Digimarm hat 31. Wie geht das? Wie geht das Bad? Was denn? Wie kann deine Digimarm 31 Kills haben und nicht gewonnen haben? Weil sie wahrscheinlich gemessert wurde. Wenn jemand gemessert wird, dann wird er zurückgesetzt in meine Stufe. Lol. Das ist ja peinlich. Ah. Jetzt ist der Scheiss wieder losgelegen. Loll. Loll. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Loll. Something ist da nicht richtig. Na. Frutodapparat. Schwerkraft 3. Nein. Oh shit. Doch nicht beim Nachladen, Digga. Läuft. Embaye. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Freu ich mich richtig für. Roth Fuck. Weil du es gesund nimmst. Nein. Fynn. Läällä. E這tta Warum ist mein Jumping so schlecht? Ich habe ihn noch geholt. Ich liebe nachladen und sterben. Es ist super unfair. Und ich liebe nicht, dass ich nicht able to aim. Das ist auch super unfair. Au. Alter, wie oft habe ich jetzt schon in Leute reingehalten und die starben nicht? Nein! Ah! Wie das Spiel einen bestraft, dass man gut ist und man beim Waffen wechseln getötet wird. Das ist doch unfair. Ob ich was für meinen Skill könnte. Nein! Nein! Hä, das ist dein Ernst? Was? Oh nein, Lack? Weck! Krach! Wirklich! Ich habe eine Sekunde gelesen! Lack! Auch Lack! Ich habe keinen Bock auf die Scheiße! Wack! Was ist denn? Wie ist das denn? Das ist echt schlimm, wie wir gegen die Betten abgeht, oder? Das macht fenzt Spaß! Ich find's aber irgendwie echt witzig. Halb, halb dämlich? Du verdammte Nutze! LOL! 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 Muss gucken, dass man aber auch lang genug überlebt. Ja. Manchmal rett man mit einem... Verdammt! Nein, da kam direkt noch einer um die Ecke. Oh, schade. Vom Platten-Ami Xilo, das passt das nicht. Ey, der Typ, ne? Der scheiß Platten-Ami Xilo! Der lebt ja, wenn er meine Kills weg ist. Ja klar, fick dich. Kommt ein Kills im Wald. Ne, steht ein Kills im Wald, kommt ein Foto und schießt ihn tot. LOL! Terminal war auch tot. Aufstehen. Hm. Natürlich. Ich hab keine Munition mehr. Machier's mich mal. Ich hab keine Munition mehr. Alter, wie kann es denn sein, dass ich diesen scheiß Sprung nicht hinkriege? Nein, Alter. Oh, wann ist denn das passiert? Wann ist denn das passiert? Oh, ne, nicht wieder dieses Kack-Ding. I hate so much. Alter. Ich musste doch jemand messern! Ich musste doch jemand messern! Nein! Ich hätte nicht messern können! Warum hast du mich nicht gewinnen lassen? Schade. Ey, cool. Neun Kills. Easy going. 20. Ich hab drei! Hättest du mich messern lassen, hätte ich nicht gewonnen. Das ist überhaupt nicht mein Spielmodus, Alter. Was ist das denn für das abgefuckte Scheiße? Ich find den voll geil. Einfach nur Chaos. Naja, Mann. Easy, easy. Das glaub ich ja auch. Naja, Mann. Sollen wir mal eine andere Map übernehmen? Weißt du, mit Granaten, ja? Finde ich das lustig. Ja, ich würd sagen, wir spielen den Modus nochmal mit einer anderen Map. Weil ich find den echt ziemlich witzig. Aber ich hab irgendwie Bock, ich würde nachher, ich würde halt gerne nochmal eine Runde Rocket League spielen. Oh, da steig ich raus. Oh, da steig ich raus. Schade. Wenn Gino noch Bock hat, dann zu dritt. Das Aiming, es ist nicht da. Woher ist hingehört? Wann? Ich wollte doch gerade weg. Mongos. Danke, Person X. Deine dicke Mom, ich hoffe, du bist gemessert worden. Ich hab genau gesehen, was du gemacht hast. Du bist ja schon. Mann! Jetzt rufst du mich. Da wird man ja sauer. Mann! Die Kacke, die Kacke! Counter-Strike hatte schon Rage-Kiddies, da war Call of Doogie noch ein Wunsch eines Einzelnen. Counter-Strike hatte Rage-Kiddies, da war ich ein Rage-Kiddy. Wow. Warum fand ich das gerade so lustig? Weiß ich nicht. Kann ich mal woanders fahren, bitte? Danke. Das ist kein Rage-K�eld. Nein! ONE! Das ist der Hawaii. HEY! Noch irgendwer! T Hearing Technology, Tod Hawaii schmiert jedem gut. Huehuehuehuehuehauehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehue MICHEHAUEHUE In RUMoDANCE,LIP british Ruuk lockdown. Eindust Acts projects! Woher machen das hier? So ist es! Songcroft einfach durchlaufen! Sie müssen nach rechts runter springen.... ... und verven utiliser сначала los. Ja, ich auch. Du bist auch gerade von Pizza Hawaii getötet worden? Ja. Wow. Du hast gesagt runter springen und ich bin runter gesprungen und da war er. Was soll ich tun? Fuck you. Next time you don't die dead fast. Okay. Versprochen. Wow. Ich bin mal Stufe 3. Wow. Ich glaub es noch nie vorbekommen.